So, liebe Zuschauer, und jetzt heißt es dann noch mal wirklich... ...zehnte Samstag, denn den Weg geht auch links hin hier los. Die besten Schaden aus der Lehne mit dem turbo-befeuerten Auto. Er hat natürlich auch Kraft ohne Ende. Und da kommt er als erstes auch Richtung Schikane. Und hier ist die erste Runde, die Carolia-Wahn. So, und jetzt müssen Sie natürlich in dieser ersten Runde erstmal die Strecke kennenlernen. Denn da sind ja so unglaubliche Löcher, da müssen Sie wirklich ein bisschen auf Ihr Auto. So, und jetzt ist es vorbei. Danke, Herr Schatz, Herr Schatz. Aber wir brauchen wieder auf, vorbei. Auf die vierte Position. Also, diesen hier in meinem Hintergrund haben Sie schon lange nichts mehr gesehen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Vorbei ist in der Schikane jetzt gerade ein Loch. Das ist auch der absolute Wahnsinn. Aber die Strecke, da müssen wir uns dann wirklich mal intensiv umfümmern, wenn dieser... ...wenn dieser Supermarkt in Lauf vorbei ist. So, Ostrisi legt. So, Ostrisi legt. So, Ostrisi legt. Hier relativ gut. So, Ostrisi legt. So langsam gestiegen jetzt alle. Da muss man auch reingehen, wo man die großen Löcher, die Kusschläge reinten kann. So, und jetzt weiter vorne. So heißen sie ab, wenn sie im Hintergrund in so ein vieles Umfahren, also da zerlegt sie ihnen alles, verschüttet es durch, das gebe es kein Ork, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Komm, da müssen sie versuchen, wirklich um die schlimmsten Löcher herumzufahren. Das ist ein super Hauch, ne? Boah, wo man den Veranstalter nennt sich den oder so. Das wir bei den Ränderbewegungen, wie sie heute Morgen wieder starten, sind die Zappes. Was ist passiert? Es gibt eine Ruhrung. Das ist ein super Hauch, weil sie ja alle wieder kommen, Kugelcheck. Und dann alle gehen wir vor. Und das ist auch so, dass die Zappen sind, dass die Zappen sind, dass die Zappen sind. Das kann ja so, dass die Zappen sind, dass die Zappen sind. Die Zappen sind ja nicht ein bisschen hoch. Die Zappen sind ja ganz wichtig. Die Zappen sind ja Dann Thomas Pospisilic, Philipp Schneider dahinter, Tadeusz Zabek, Karolijana, Marcel Grigic und Lanias Tentina mit der Startnummer 13 dahinter. Und jetzt ist auch...